Herzlich Willkommen zurück bei Lego Herr der Ringe und wie versprochen möchten wir jetzt weitermachen mit Legolas und Gandalf und Aragorn und Gimli. Gehen wir mal dorthin. Wir haben einen langen Ritt vor uns. Wir waren zum schwarzen Tor und das ist, ja, wie soll man sagen, weit weg. Okay. So, dann würde ich mir sagen, geben wir mal dem Pferd die Hufe. Möchte den Part noch so schnell wie möglich fertig bringen. Denn dann diese Woche gibt es ja das Finale. Das ist jetzt fest. Scheiße. Ja, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. So. Nein. So, äh, was wollen wir jetzt eigentlich machen? So. Och, chillt doch mal ihr Leben. So. Dann würde ich mal sagen, wo geht's lang? Geht's hier lang? Geht's da lang? Nein, nee, geht's da lang. Okay, gut. Ja, hier geht's da lang. Dann rennen wir mal so schnell wie es nur geht. Meine Güte, es ist ein Labyrinth. Das ist wirklich ein Labyrinth. Hier waren wir auch schon. Meine Güte, ist das ein cooler Ritt. Wir möchten heute mit denen zum schwarzen Tor, wie ich schon gesagt habe. Und wir sind gleich da, denke ich mal. Denn mit dem Pferd ist man schnell unterwegs. Wo ist das schwarze Tor? Über die toten... Toten Sümpfe. Warte mal, hier können wir oben... ...einen Charakter kaufen, richtig? Wow, nee, doch nicht. Sie wollen uns, ähm... ...ja, aufhalten, aber... ...das lassen wir nicht zu. Ich bin der Einzige... ...Gunnerf ist der Einzige, der hier noch mit einem Pferd rumgeht. Das kann sogar hier balancieren. Das ist doch cool, oder? So. Meine Güte, ist das hier kompliziert. Also die toten Sümpfe, da kann man sich echt schnell verlaufen. So. Hier kann man jetzt so eine komische Mission machen. So. Nikolas. Schafft es auch noch? Jawohl. Lol, was ist das bitte? Du Scheiße! Du Scheiße, was ist das? Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Gut, wir laufen jetzt einfach weiter. Es hat zwar keinen Sinn, jetzt zu laufen, aber wir müssen einfach laufen. Aber wir haben die toten Sümpfe... ...gut überstanden und jetzt müssen wir halt ein bisschen schneller laufen. Wir sind gleich da. Sieht irgendwie alles wie ein Buggy aus. Naja, egal. Jedenfalls ist dort vorne das schwarze Tor. Dort ist es. Und wir werden jetzt reinkehren. Das schwarze Tor! Gehen wir in die Mission, beziehungsweise in das Level. Freue mich schon sehr da drauf. Aber erstmal natürlich noch obligatorischer Ladebildschirm. Meine Güte, dieses Wochen... ...diese Woche ist das Finale. Am Freitag kommen drei Parts. Oder zwei Parts, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, wo ich gerade bin. Ich weiß nicht, ob ich beim Mittwoch bin. Ja, ich denke, ich bin beim Mittwoch. Das heißt, es kommen dann am Freitag so zwei Parts. Oder so. Ich weiß es nicht. Lasst euch einfach überraschen, jetzt geht es erstmal weiter. Der Herr des Schwarzen Landes soll heraustreten! Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, sag ich... Haltet Stand! Menschen zu festen! Auf geht's! Wir haben... ...viel zu tun. Noch einmal so eine Schlacht wie am Anfang, könnte man jetzt was sagen. Man sieht den Droll. Scheiße. Gimli. Wir brauchen dich. Gimli. Wo ist Gimli? Da bist du. So. Das ist doch nicht zum Aushalten. Ach so. Jetzt klappt's aber. So. Nun brauchen wir... Warte. Wo ist Aragorn? Wo ist Aragorn? Gandorische Rüstung. So. Komm her. Komm her. Komm her. Na komm. Komm schon. Ja, brüll nur weiter rum. Komm schon, komm schon. Ach scheiße, Mann. Das lief ja richtig gut. Gibt's nochmal die Möglichkeit, wahrscheinlich noch sowas draus zu bauen? Ja. Nein. Man kann hier nichts bauen. Okay. Das wird man bestimmt noch können. So. Komm schon. Sie bilden eine Mauer. Ich bin ja gespannt. Hier können wir bauen. Wo? Wo ist Bausteine? Wo ist Bausteine? Meine Güte. Aragorn stirbt gleich wieder. Dann wollen wir mal schnell bauen. So. Komm her. Nochmal drei solche Teile. Alter, wir haben gleich den wahren Abenteurer wieder abgeschlossen. Meine Güte. Das heißt, noch ein bisschen Action haben. Oder wir laufen hier noch ein bisschen rum. Nein. Doch, komm. Wir laufen noch eine kleine Runde hier rum. Und sammeln die Stats ein. Komm, ich helfe dir. Vielleicht finden wir ja zwischendrin noch ein paar Herzen. Wäre denn sinnvoll, denn wir sind tot. Und ein Tod hier wäre jetzt scheiße. Denn. Denn, ich muss sagen, ich würde gerne schon noch hier, wenigstens einmal noch die wahren Abenteurerstufe schaffen. So, komm schon. Hallo. Ja, verkehre dich bloß. Ist mir relativ egal. Jawohl. Ist ja schön gemacht. Da haben wir ihn. Fertig. Und wer ist das? Noch einer Skull. Du bist auch fällig. Tieflug. Nochmal dasselbe, was wir schon mit Nusskliad gemacht haben. Nein. Nicht dasselbe. Auf alle Fälle dasselbe. Ah! Meine Güte, man muss hier wirklich standhafter bleiben. Legolas. Jawohl. Ich denke, wir brauchen die jetzt öfters. Eins von fünf. Da kommen noch mehrere. Beziehungsweise, da kommt noch ein Höhlentreu. Ja, gefällt mir. So. Meine Güte, komm schon. Wir brauchen den Tausender. Jawohl. Dummer Höhlentreu. Ah, er hat verletzt. Spare Stellen. Wir brauchen einen kleinen Hobbit. Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen erst mal. Meine Güte, komm schon. Da ist ein... Das muss doch irgendwie gehen, oder? Es muss irgendwie gehen. Komm schon. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander, denn ich habe heute schon so viel aufgenommen. Trotzdem machen wir das jetzt hier. Und ich... Ach, scheiße. Je öfters ich halt draufgehe, desto mehr... Jawohl, sehr schön. Jawohl. Das habe ich gebraucht. Danke dir. Danke dir, danke dir. Scheiße. Jawohl. Nun brauchen wir nur einen Hobbit. Scheiße, Mann. So. Du musst da hoch. Und schauen, dass du alles in Ordnung bringst. Komm schon. Genau, wir hätten natürlich auch Gymnie nehmen können. Aber es ist natürlich cooler. Und so. Wo ist Legolas? 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 Scheiße. Scheiße. Boah, war das knapp, Leute. Ihr glaubt es mir gar nicht. Das war mega knapp. Und dort kommt der Nächste. Und alle sind wieder in der Mitte versammelt. Wir müssen... Ja, wir müssen ihn nehmen. Komm schon. Jawohl, Legolas. Das machst du fein. Und da ist der Nächste. Meine Güte, das hört wohl nie auf. Leute, Leute, wo ist... Aragon? Da? Scheiße. Meine Güte, wenn ich hier öfter sterbe... Scheiße. Scheiße. Scheiße, wir dürfen ihn dann zu nicht kommen lassen. Wir müssen... Immer schön ausreißen. Die beste Methode. Hahaha. Ich bekomme einfach nicht auf die nächste Stufe. Shit. Shit, das habe ich jetzt total verpennt. So. Sehr knapp. Wir müssen immer... schön auf ihn achten. Denn er kann... Denn er kann... Immer plötzlich... Bewusstlos werden. Wie jetzt zum Beispiel. Komm schon. Jawohl. Und du rennst mir mal schön weg. Nein. Okay, wir müssen doch noch ein bisschen gegen ihn kämpfen. Wahrscheinlich wieder da hinten. Meine Güte, er regt mich vielleicht auf. So. Irgendwann ist mal gut. Er wirft Steine. Das ist gerade eigentlich nicht so gut, aber... Wo hat er das her? Ja, kann man machen. Komm schon. Legolas. Jawohl, wir haben den wahren Abenteurer. Scheiße, ich bin so dumm. Nein. Jawohl, jetzt aber. Nun hat's geklappt. Und jetzt brauchen wir Gimli. Na dann, komm mal her. Mit deinen Künsten. Hier oben. Lol, was ist das? Jawohl. So gemacht ich das. Haha. Sehr schön. Errungenschaft freigeschalten. Heute kämpfen wir. Das schwarze Tor. Meine Güte, das war ein wirklich... ...aufregender Part. Aragorn. Pippin. Und wen haben wir noch? Ja, niemanden aber dafür. 100%. Meine Güte. So gehört sich das. Ich bin zufrieden mit mir. Und das war's auch schon wieder. Ganz genau. 16.000. Und werden wir das noch schaffen mit dieser 1.000.000? Na, das wird vielleicht ganz knapp. Aber es könnte vielleicht was werden. Und ob wir das schaffen oder nicht, das seht ihr dann am Freitag zum Finale. Und ich sage euch, das wird grandios. Ich weiß es jetzt schon. Obwohl ich das Spiel noch nie zu Ende gespielt habe. Auf alle Fälle bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, gebt einem Daumen nach oben. Meinetwegen auch ein Abo. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder. Jedenfalls einfach irgendwann zum Finale. Macht's gut. Das war euer Ju. Mit Lego Herr der Ringe. Zum vorbereiten Finale. Oder was weiß ich auch immer. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.